Ja, Immersion ist einfach das komplette Eintauchen in eine Anwendung und dass man wirklich nicht mehr unterscheiden kann, ob man da ist oder nicht. Man ist einfach präsent in einem Raum, in einem virtuellen Raum. Und diese Immersion schafft mehr Empathie, schafft eine tiefere Verbindung zum Raum um uns herum und verstärkt somit die Nutzererfahrung.